Danke schön! Danke schön! Deswegen machen wir das jetzt. Das sind vier Geister. Die holen wir uns jetzt zum Einklang quasi. Das wird cool. Wenn es zu heiß wird, nehme ich die Hasenmütze auch ab. Aber ehrlich gesagt ist die gar nicht so warm, wie sie aussieht. Die Kopfhörer sind das eigentlich Warme. Die Hasenmütze merkt man gar nicht wirklich. Ich hatte vorher schon testweise einen Kühlakku unter der Hasenmütze. Also zwischen Hasenmütze und Kopfhörer geklemmt. Ich habe leider nicht mehr... Ich hatte mal... Irgendwie hatten wir mal so weiche Gelpads. So Gelkühlakkus. Ich weiß leider nicht, wo die sind. Das wäre super. Die harten... Dann steht halt die Mütze ein bisschen höher. Aber ist eigentlich ganz angenehm. Vielleicht mache ich das auch später. Okay. Zwei... Zwei Jahre? Wirklich habe ich das gerade richtig gelesen? Ich schaue noch mal kurz. Ist... Ist... Octopath Traveler schon zwei Jahre alt? Das kann nicht stimmen, oder? Anlässlich des zweiten Jahrestags von Octopath Traveler. Verrückt. Das hätte ich nicht gedacht. Naja. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zur Geistertafel und schalten die vier Geister frei. Gegen hohe Temperaturen kannst du noch was machen. Was... 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 Was ich nicht mehr machen sollte. Ach so! Oben ohne. Ja. Theoretisch... Das stimmt. Aber das bringt ja irgendwie auch nicht so viel. So ein kleines T-Shirtchen, das ich da anhabe. Hauchdünn. Das... Das merkt man kaum. Okay. Schauen wir mal, ob ich die Charaktere noch erkenne und noch zusammenkriege. Es hat doch schon ein bisschen her. Alphyn und... Die... Die... Derion. Ich glaube, Derion war der Dieb. Offensichtlich sieht auch so aus. Und Alphyn dürfte der Apotheker gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Glaub ich. Ja doch, ich glaube schon. Octopath Traveler war schon ein cooles Konzept. Ein interessantes Konzept. Ein cooles Spiel. Mit wem kämpfen wir denn jetzt eigentlich? Ich nehme einfach irgendwen. Für jeden Kampf nehmen wir jetzt zufällig irgendwen. Bam! Oh Gott, Ness! Ich nehme nochmal zufällig irgendwen. So viele Kämpfe haben wir nicht, dass ich jetzt hier... Weil mit Ness kämpfen ist keine gute Idee einfach für mich. Donkey Kong. Okay. Mit schwarzem Pelz und gelber Krawatte. Machen wir. Ah ja, okay. Der Apotheker wird quasi von Dr. Mario repräsentiert. Macht Sinn. Und der Dieb von Sheik. Why not? Und der Stage ist giftig. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, warum die Gift gewählt haben als Element hier. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so genau an die Spezialfähigkeit des Apothekers erinnern. Ich weiß noch, dass der Dieb natürlich allen NPCs im Spiel Sachen stehlen kann. Aber was der Apotheker gleich nochmal kann, weiß ich jetzt gar nicht. Also jetzt... Also in Octopath Traveler hat quasi ja jede Figur eine spezielle Fähigkeit. Äh... Wie er mit anderen NPCs, mit den NPCs im Spiel interagieren kann. Der Soldat kann alle zu Duellen herausfordern. Die Tänzerin kann alle zu Verbündeten machen. Die Jägerin kann Tiere zähmen. Ich glaub, der Apotheker kann irgendwie befragen. Ah ja, genau. Der kann irgendwie so Symptome erkennen, irgendwie. Der erkennt, wie Leute... Ob Leute lügen oder irgendwie sowas in der Art. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Der ist aber eigentlich ganz ähnlich wie der Gelehrte. Okay, die beiden hätten wir. Okay, mach das. Neustarten ist immer gut. Gut, ich hab auch grad alles neu gestartet. Und hoffentlich läuft auch alles jetzt. Wenn nicht, sag mir Bescheid. So. Oh. Ah ja. Okay. Olberic und Primrose. Die weiß ich. Das sind der Soldat und die Tänzerin. Der Soldat, hab ich ja schon gesagt. Der kann alle zum Kampf herausfordern. Die Tänzerin kann alle dazu überreden, dass sie mitkommen in die Party. Dann hat man vorübergehend... Das ist schon witzig. Kann man jeden NPC im Spiel vorübergehend ins Team aufnehmen, quasi. Finde ich irgendwie... Fand ich eine nette Idee. Während er alle verprügeln kann für Erfahrungspunkte und Items, der Soldat. Wellen vom Bayonetta repräsentiert. Das macht Sinn. Und... Weiß ich noch nicht. Nur Bayonetta? Das wär aber komisch. Ah. Aha. Der... Der... Das... Das passt ganz gut. Der wird vom Schwarzen Ritter aus Fire Emblem repräsentiert. Ist quasi nur eine Helfer-Trophäe eigentlich. Wow. Oh mein Gott. Der hat mich gerade ganz schön vom Stage katapultiert. Oh. Na gut. Ein paar machen wir. Äh. Mit einem anderen Kämpfer nochmal. Wähle deinen Kämpfer. Wähle deinen Kämpfer. Machen wir. Ne. Eigentlich gar nicht. Will du mal ein Kämpfer-Spiel? Samus Aran im... Im Fusion-Design. Fusion war schon... Ist glaube ich... Mein Lieblings-Metroid. Mag ich glaube ich selbst lieber als die Prime-Teile. Fusion ist schon... Mein Lieblingsteil. Ah, Bayonetta. Du bist so fucking schnell und nervig. Ich hasse dich. Ich glaube ich darf den irgendwie nicht angreifen. Ja, natürlich. Wenn ich den angreife, killt er mich. Das ist ziemlich witzig. Also, das passt jetzt gerade nicht zu den Geistern, gegen die wir kämpfen. Aber in Fire Emblem macht die schwarze Rüstung vom Schwarzen Ritter selbigen unverwundbar. Und wenn man den attackiert, kriegt man nach Fire Emblem-Regeln ja immer noch einen Gegenschlag. Und dann ist man tot. Quasi. Äh. Deadly Premonition 2 spielen wir wahrscheinlich, schätze ich mal, den Großteil des Streams. Kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht wie lange, aber das wird schon wahrscheinlich die ganze Nacht uns begleiten. Deadly Premonition ist glaube ich schon ein großer Punkt. Ansonsten habe ich noch ganz viele Indie-Spiele auf der Switch, die echt super nett aussehen. Wo ich mir echt gedacht habe, das könnte alles eigentlich echt interessant sein. Auf die freue ich mich echt schon. Teilweise bin ich da echt sehr gespannt drauf, ob die was taugen. Ähm. Dann habe ich noch... Das Spider-Man-Spiel. Das war reduziert. Habe mir gedacht, schaue ich mir vielleicht mal an. Das PS4 Spider-Man da. Das hat mich jetzt nicht so interessiert eigentlich, als das rauskam. Aber das war irgendwie echt billig. Echt günstig reduziert. Habe ich mir gedacht. Passt schon. Und Borderlands 5 würde ich mir gerne anschauen. Auch das war reduziert. Dann habe ich noch dieses Tauchspiel. Wie heißt es denn gleich nochmal? So ein neues Tauchspiel ist erschienen. Habe ich mir für die PS4 geholt. Weil das sah echt super schön aus. Das war ziemlich unentschieden, oder? Dieser schwarze Ritter, ey. Jetzt ist er verschwunden. Nein. Wartet mal kurz. Revanche. Okay. Okay. Ich muss das kurz... Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr beim letzten Stream dabei wart. Was ich in solchen Fällen mache. Damit es nicht zu lange dauert. Nehme ich einfach... The Lantropath. In Kombination mit Link. Und dann ist der Kampf wahrscheinlich ziemlich schnell vorbei. Hoffe ich. Ja. Das kann schon sein. Dass das leicht... Also dass die... Ich kann es nicht mehr sagen, ehrlich gesagt. Vom Schwierigkeitsgrad her die ganzen Metroid-Spiele. Ich weiß noch, dass ich bei Metroid Prime eher Orientierungsprobleme hatte. Ich wusste eigentlich nie, wo ich hingehen soll und was gerade los ist. Bin ständig durch die Map geirrt. Einfach nur. Und hab mir da und gedacht... Hier. Hier war ich noch nicht. Achso. Ne. Da kann ich noch nicht hoch. Ah. Da war ich auch noch nicht. Und dann latsche ich hin und dann... Achso. Ne. Genau. Da war diese Tür. Die ich noch nicht aufkriege. Und was war da unten gleich nochmal? Achso. Und so liefen eigentlich die 3D-Teile für mich die meiste Zeit. Okay. Die Nächsten. Die Händlerin und der Gelehrte. Tressa und Zyrus. Den Gelehrten mochte ich ganz gerne. Ich hab, glaube ich, wirklich so ziemlich schon in der Demo jeden von den Kämpfern mir genauer angeguckt. Und es ist schon interessant. War schon ein cooles Spiel, oder? Ist es immer noch Octopath Traveler? Das ist jetzt, glaube ich, auch für den PC mal erschienen, oder? Glaube ich. Wer bin ich? Ach, grüßt der Game & Watch nach von mir aus. Hallo, Dr. John. Okay. Die Händlerin wird anscheinend durch die Bewohnerin aus Animal Crossing repräsentiert. Kein... War... Verstehe ich jetzt nicht ganz. Und der Gelehrte durch den... Durch den Superstrategen aus Fire Emblem. Irgendwas 3DS. Okay, von mir aus. Aber warum jetzt... Aber gut, eine Händlerin... Wer, wer, wer ist sonst eine Händlerin in dem Spiel, ne? Es ist auch schwierig, da einen Charakter zu finden, der das richtig repräsentiert. Ich meine, zumindest geht es in Animal Crossing eigentlich... Oh Gott, ein Hammer. Keiner nimmt ihn sich. Ja, ich habe ihn bekommen. Das war Glück. Der ist direkt bei den beiden Gegnern gespawnt. Ich dachte, jetzt ist es vorbei. Aber nö. Okay. So, ein Geist fehlt uns noch. Zwei Octopath Traveler Hauptcharaktere gibt es noch. Und dann sind wir eh schon wieder durch mit Smash. Kurz, aber immer wieder spaßig, diese Geister-Event-Wochenenden. Die sind leider nur im Durchschnitt jedes zweite Wochenende oder so. Jetzt müssen wir unter Umständen ewig warten, bis der letzte fehlende Geist noch kommt. Das ist ja nervig. Wen gab es da noch? Welche Charaktere fehlen jetzt noch? Die Priesterin, oder? Die Priesterin und... Ah ja, die Jägerin. Die Jägerin war cool. Die hat mir gefallen. Die fand ich super. Doch wen werden die denn repräsentiert? Kann man von dem Bild ableiten, wahrscheinlich. Von Palutena? Das dürfte die Priesterin sein, oder? Und Pit? Das verstehe ich nicht ganz. Das... Die... Die Logik verstehe ich nicht. Wer... Wer soll denn Pit sein? Warum denn ein Engel? Aber wenn Pit die Priesterin ist, dann ist Palutena die Jägerin? Das verstehe ich nicht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt leider vier Minuten warten, bis die Geister-Tafel resettet wird. Aber ich schau mal, ob wir ein Tafel-Tausch-Dingens kaufen können, in einem der vielen Shops. Vielleicht haben wir Glück. Pit der Jäger, weil er einen Bogen hat. Ja, okay. Von mir aus. Aber ich finde, Link wäre eine bessere Jägerin gewesen. Ich meine, einen Tierbegleiter hat der natürlich auch nicht, aber der kann zumindest in einem Teil zu einem Wolf werden. Das zählt, finde ich. Hi, Ortis. Hm. Ja, von den Figuren in Smash Bros. hat niemanden einen festen Tierbegleiter, ne? Einen festen... Ich glaube, eine Raubkatze hat die standardmäßig als Begleiter, die Jägerin. Stuck-Hand-Duo. Das sind zumindest zwei Tiere. Oder so. Wer weiß. Hi, Metatron. Hallo. Na, theoretisch wäre Samus als Kopfgeldjägerin geeignet. Das stimmt. Das wäre auch gar nicht doof. Das ist wahr. Die ist halt eher so Science-Fiction und so, ne? Das verstehe ich schon. Dass man die dann nicht nimmt. Aber ja. Wir müssen jetzt echt einfach... Dann machen wir schnell irgendeinen anderen Kampf, während wir warten. Das ist sonst auch doof. Kann ich mir den... Können wir uns den... Den Roster mal anschauen. Wer dann noch eine gute Jägerin gewesen wäre. Ja, es ist schon schwierig, die Jägerin aus Octopath Traveler da abzubilden mit den Figuren. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Naja, okay. Der spielbare Charakter wäre Liberty Prime eher schwierig bei Smash Brothers. Dass das stimmt. Als Helfer-Trophäe könnte man den einbauen. Dann macht er zwei Schritte und wirft eine Bombe und schießt ein bisschen Augenlaser und dann geht er wieder. Aber wirklich so, wie The Cluedo schreibt, als Stage Hazard oder eben so im Hintergrund, wie auch Metal Gear Rex zum Beispiel. Metal Gear Rex würde mit Liberty Prime den Boden aufwischen. Würde ich sagen. Aber Metal Gear Rex ist halt auch neben dem AT-AT mein Lieblingswalker überhaupt ever. Deswegen bin ich da vielleicht nicht ganz parteisch. Aber ich glaube trotzdem, dass ich recht habe. Ja, großer Metal Wolf. Was ist denn los? So. Heute um 19 Uhr. Heute um 19 Uhr. Ah, ich war total verwirrt, als ich das gelesen habe. Ich dachte, das war gestern. Stimmt, Treehouse mit Paper Mario. Habe ich mitbekommen. Aber da will ich mir gar nicht zu viel anschauen eigentlich. Ich will das eh relativ unberührt spielen. Ähm. Aber es wird noch ein anderes Spiel vorgestellt. Auf das bin ich eher gespannt eigentlich. Oh, das dauert jetzt. Das dauert ewig. Und dann müssen wir hoffen, dass der richtige Geist kommt. Glück und Füller. Ach, das ist ja der Falsche. Den haben wir ja schon. Na ja, was soll man machen, ne? Kämpfen wir noch ein bisschen, bis der richtige Geist kommt. Der eine, der uns noch fehlt. Terry. Wie gesagt, mit Fatal Fury kann ich nichts anfangen, habe ich keinen Bezugspunkt. Aber mit Terry kämpfen macht einfach Spaß. Der ist ein guter DLC-Charakter von einer Franchise, zu der ich leider keinen Bezug habe. Was Bi-Pedal-Killer-Maschinen angeht, bleib ich lieber bei Gundam. Ja gut. Ich glaube auch, kann man schon, kann man glaube ich, Fandom hin oder her sagen, so ein Gundam würde sowohl mit Metal Gear Rex als auch Liberty Prime sowas von dem Boden aufwischen. Und selbst das älteste, rostigste Gundam-Modell würde die wahrscheinlich immer noch ziemlich einfach zerlegen. Terry ist einfach cool. Der hat so viele, so starke Aktionen. Der haut ordentlich rein, hat Reichweite, ist schnell. Ich mag Terry einfach. Mit dem Spiel macht richtig Spaß. Terry ist toll. Hi Retro-Gamer! So, wurscht. Die haben wir eh schon. Weiß nicht, wer Stage Hazard ist, aber Liberty Prime ist cooler. Stage Hazard ist quasi in einem Spiel weder ein spielbarer Charakter noch ein richtiger NPC, sondern einfach was das zur Map gehört, aber irgendwie so personifiziert ist. Wenn in irgendeiner Map plötzlich der Bogen aufbricht und dann kommt Lava, dann ist Lava der Stage Hazard. Und wenn plötzlich ein riesiger Roboter vom Himmel fällt und Laser schießt, dann ist der ein Stage Hazard. Das versteht man unter Stage Hazard. Gegen Jahrhutti aus Zone of the Enders hat kein Gundam ne Chance. Das, die kenn ich. Den, die, der, das kenn ich leider nicht. Da kann ich nix dazu sagen. Und ich meine, ich mag zwar die 8080s aus Star Wars echt gern, aber wenn es um Kampfkraft geht, sind das wahrscheinlich schon so ziemlich die lamesten Walker überhaupt. Mir fällt kein einziger Walker ein, der Probleme hätte, einen 8080 zu besiegen. Das Geheimnis ist von der Seite oder schräg hinten angreifen. Dann ist er schon mal absolut, bis der sich umgedreht hat. Und dann einfach ein bisschen anschubsen und schon fällt er um. Wie so eine Kuh. Und dann liegt er auf der Seite und guckt blöd. Ich weiß nicht, wie viel Durchschlagskraft seine Laser haben, aber... Naja. Trotzdem mag ich den echt gern. Drei Minuten, oh Gott. Drei Minuten sind so lang, weil man wartet. Kämpfe gegen Pico. Einen der vier Original-F-Zero-Helden. Antagonisten, Spielfiguren. Halt. Fahrer, den man wählen kann. Ah, F-Zero. Wenn doch nur endlich mal ein neues F-Zero angekündigt werden würde. Das wäre so schön. Aber jetzt wird erstmal Pico gefalkon-punched. Wird von Bowser repräsentiert. Ja, kommt hin. Mit gloriosem Super Nintendo F-Zero-Soundtrack. Uuuuh. Der kommt sogar nochmal zurück. Der war ein bisschen zu früh, der Falcon Punch. Aber... Uuuuh. Der Falcon Punch ist immer wieder schön. Cool. Das freut mich. Das kommt auf den Stage Hazard an. Manche machen das. Bestimmt. So, gegen wen kämpfen wir denn noch schnell zum Zeitvertreib? Kämpfen wir gegen so einen blöden Bocklin, oder? Ich glaube, das wird nicht allzu schwer. Jo, guten Appetit. Okay. Okay. Ah, drei. Also vier. Vier kleine King K. Rooles. Naja, okay. Ja. Nett. Mit... Mit einer Keule natürlich. Mit einer Erzkeule. Aber nur einer davon hat die Keule. Die anderen sind unbewaffnet. Nee, die haben Laserschwerter. Oder so magische Klingen. Ich glaube, Schnitter sind das eigentlich aus Pfeil-Emblemen, die Dinger da. Und jetzt. So? Ach, come on. Die fallen in so einem blöden Winkel immer. Warum man jetzt allerdings auf der Xenoblade Chronicles Map kämpft und nicht auf der Zelda Map, verstehe ich nicht ganz. Aber gut. Wurscht. Okay. Und 32 Sekunden. Na gut, die warten wir schnell ab. Kann ich schnell was trinken. 32 Sekunden lang. Na gut, dann packe ich jetzt die ultimative Fan-Damm-Wer ist besser Keule aus, weil One Punch Man Zeitermann würde einfach alle fertig machen mit einem einzigen Punch. Das ist sein Gimmick. Das ist sein Gimmick. Ganz egal, wer sich ihm in den Weg stellt. Ganz egal, gegen wen er kämpft. Ein Schlag reicht aus, um den zu besiegen. Da geht's gar nicht. Seine Kampfkraft kann man nicht messen und vergleichen. Der ist ein reiner Gimmick-Held. Und das ist sein eines Gimmick. Und deswegen ist er unbesiegbar. Wen nehmen wir denn? Gegen wen kämpfen wir gleich nochmal? Achso, gegen irgendeinen Geist, den wir schon haben. Mensch. Das nervt mich. Jetzt kriegen wir den letzten Geist nicht. Wir müssen schon wieder... Oh nein, das sind ausgerechnet die beiden. Das schwarze Ritter und Bayonetta. Uuuuh. Was ist denn das passiert? Ich muss wieder mal ein super... Super-Kombo-Team nehmen. Dann hauen wir die weg. Ich finde das so cool, dass der Anime von One-Punch-Mandern quasi schön langsam-klamm-heimlich irgendwie Saitaman zum Nebencharakter macht. So ein bisschen. Der ist... Die ersten... Ja, die ersten... Weiß ich nicht. 10, 20 Hefte. Ich kann's nicht sagen. Keine Ahnung. Wie viele. Ist er noch so der Haupt... Haupt-Haupt-Haupt-Main-Protagonist mit ein paar Nebencharakteren. Und dann werden die Nebencharaktere immer mehr ins Zentrum gerückt. Und dann wird so eine Super-Helden-Geschichte draus, wo er selber irgendwie nur noch Statistisch so ein bisschen oder seine eigene Nebenstory hat, aber nicht mehr im Zentrum steht. Und das macht das Comic aber echt sehr gut. Sehr cool. Die führen quasi da am Anfang auf den... auf dem Rücken im Grunde von Saitaman die Nebenfiguren ein und dann... werden die zu den heimlichen Protagonisten. Das ist echt ganz cool. So. Ähm. Ja. Das sind sie. Das sind die letzten, die uns noch fehlen. Palutena. Ah. Okay. Das ist okay. Das ist ziemlich witzig. Die Jägerin wird wirklich von Pit repräsentiert. Wahrscheinlich, weil der Pfeil und Bogen eben hat, wie der Clodo schon schreibt. Aber gleichzeitig ist Wolf auch noch mit dabei. Weil, ne? Ist klar. Das Begleittier haben die quasi so repräsentiert, dass ich jetzt wirklich gegen drei kämpfen muss. Cool, cool. Das gefällt mir. Na dann. Wen nehmen wir denn? Ich kämpfe echt gern mit Simon, aber bin furchtbar, furchtbar schlecht mit Simon. Ähnlich geht's mir mit Ike und Ganondorf. Nehmen wir Ganondorf. Der hat auch einen Falcon Punch. Er ist halt ein Captain Falcon Klon aus irgendeinem Grund, weil... Dingsi Bumsi. Mir fällt den Namen wieder nicht ein. Der Chef von Smash Brothers Zelda hasst anscheinend. Aber gut. Beinahe alle drei erwischt mit einem Falcon Punch. Und schon ist der Wolfsbegleiter besiegt quasi. Oh oh. Der haut wenigstens rein. Ganondorf. Der ist zwar furchtbar schwerfällig und lahmarschig, aber wenigstens haut er rein. Wenn er trifft, dann trifft er. Ha ha. So, jetzt darf ich nur den Schuss nicht versauen, aber ich habe noch einen Schildöffner und einen Schildbremser. Und dann ist das ziemlich easy. Okay, cool. Dann haben wir die vier neuen Geister. Da kann ich jetzt beruhigt aufhören und was anderes spielen. Das ist cool. Bin froh, dass wir die bekommen haben, weil das hätte ich die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, dass ich das nicht vergesse. Weil, und das ärgert mich so, ey. An einem Wochenende konnte ich nicht spielen. Da hatte ich echt keine Zeit. Ich bin nicht dazu gekommen. Und deswegen habe ich jetzt hier diese drei Schandflecken hier. Ah, ich habe auch noch einen Arms-Charakter noch nicht freigespielt, aber der läuft mir nicht weg. Aber die drei, ich weiß nicht mal, was das ist. Das ist irgendeine Franchise, die mich gar nicht interessiert. Aber die drei brauchen jetzt wieder Monate, bis die wirklich ins Spiel kommen und freigeschaltet werden können. Ich hätte gehofft, dass die jetzt mit dem neuesten Update, mit dem 1.8, das auch Min Min eingeführt hat, hier aufgetaucht wären. Aber das stimmt überhaupt nicht. Und jetzt haben wir den Salat. Na super. Aber wenigstens habe ich jetzt die vier hier, die quasi acht sind oder so. Naja, cool. Äh, von Rosetta. Danke fürs Folgen. Was haben wir denn da für einen Emoji? Der Pride Dragon. Der. Sieht komisch aus. Cool. Dankeschön. Okay. Passt. Schmess Brothers. Ich habe dir heute pickles. poco.